Wärst du bereit oder interessiert schon an einer neuen Partnerschaft? Was gefällt hier am Single-Leben besser? Dazu möchte ich jetzt gerne mal was sagen. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zu einem Live-Update. Ich habe so ein bisschen gewartet, bis ich wirklich richtig gute Stimmung habe, weil ich finde, nach so einem Live-Update wird immer so krass bewertet. Wie sieht sie aus? Wie gibt sie sich? Ist sie mega traurig? Das wird halt total beurteilt und deswegen habe ich versucht, so viel ich zu sein, wie ich gerade ich bin. Ich hatte auch auf Instagram ein paar Fragen gestellt, also gesagt, ihr könnt mir gerne ein paar Fragen stellen, damit dieses Video so ein bisschen strukturierter ist. Ich möchte ja mein ganzes Leben so ein bisschen strukturierter machen. Ich bin nämlich eigentlich ziemlich spontan und chaotisch und mache alles so nach Lust und Laune, aber so ein bisschen Struktur wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Auf diese Fragen gehe ich heute ein. Das letzte Video war ja ein sehr trauriges Video, wo ich euch mitgeteilt habe, dass wir uns getrennt haben. Mittlerweile habe ich hier meine eigene Wohnung, bin umgezogen und Alex natürlich auch und habe mich hier schon ziemlich gut eingelebt. Also es gibt ja so viele Dinge, die man machen muss, wenn man umzieht, ummelden und Möbel kaufen. So einfach, dass man sich schon wie zu Hause fühlt. Aber ich habe mich hier in dieser Wohnung sehr, sehr schnell sehr wohl gefühlt. Und ja, da kommen wir schon zu der ersten Frage, weil die meisten mich gefragt haben, Nina, warum ist eigentlich dein Bett in deinem Schlafzimmer? Und jedes Mal, wenn ich das auf Instagram teile, so, hä, warum hast du denn keine Schlafcouch? Hä, warum hast du denn kein Schlafzimmer? Warum hast du dich so verschlechtert, in Anführungsstrichen? Weil wir hatten ja vorher eine super krasse Wohnung und jetzt wohne ich halt mit den Kindern hier alleine. Dazu möchte ich jetzt gerne mal was sagen. Also zuerst ist es so, dass man in Düsseldorf gar nicht sich so großartig aussuchen kann, welche Wohnung nehme ich jetzt am Ende. Weil wir schon so ortsgebunden sind. Ich wollte die Kinder jetzt nicht schon wieder aus der Schule und Kindergarten reisen. Vor allen Dingen, wo fühle ich mich hier in diesem Ort ultra wohl? Und wenn ich sage, ich meine ich gleichzeitig auch die Kinder, weil für mich ist das immer selbstverständlich, dass wenn ich von mir rede, auch gleichzeitig die Kinder meine. Also, dass ich die nicht übergehe. Oder dass ich ständig erwähne, ja, ich und die Kinder, sondern für mich ist das irgendwie, wir sind eins und deswegen muss ich das nicht immer sagen. Aber das hört sich dann immer gleich so, ja, aber du fühlst dich wohl und was ist jetzt mit den Kindern? Deswegen wollte ich das auch noch mal kurz klarstellen. Es bewerben sich hunderte von Menschen auf eine Wohnung. Und deswegen, wenn du dann Mutter bist, alleinerziehend, selbstständig, dann hast du eigentlich, und auch noch eine Katze oder ein Haustier, dann hast du so schlechte Karten, dann bist du eigentlich quasi schon durchs Raster durchgefallen. Und als ich hier reingekommen bin, habe ich die Wohnung so krass gefühlt. Ich habe so eine Vision gehabt und ich habe hier auch so eine fette Fensterbank und da habe ich wie so eine Leseecke und Frühstücke da auch ganz gerne mal mit Freundinnen. Und es ist einfach eine richtig schöne Wohnung und ich hatte voll die Vision. Und als ich dann auf der Wohnungssuche war, wusste ich, ich muss Abstriche machen und eine Wohnung zu finden mit zwei Kinderzimmern und noch einem Schlafzimmer. Muss man halt auch erst mal bezahlen können. Und für mich war klar, okay, ich muss Abstriche machen. Und als ich dann ein Bild auf Pinterest gesehen habe, wo ein Bett im Wohnzimmer stand, hat es mir irgendwo so diese Vision erleichtert, ach, das geht, ich kann auch ein Schlafzimmer auf ein Schlafzimmer verzichten, sodass die Kinder jeweils ein eigenes Zimmer haben. Das war mir nämlich auch sehr, sehr wichtig, weil Luis ja jetzt auch zwölf wird im Januar und da steht die Pubertät an und beide extrem unterschiedlich sind und auch so ihre Rückzugsmöglichkeiten brauchen, war das für mich ein absolutes No-Go, die beiden in ein Zimmer zu stecken. Vor allen Dingen, die kannten das ja auch nie anders und dann in so einer Phase dann auch noch denen so diese Privatsphäre oder dieses auch noch zu nehmen, abgesehen von diesem Familienleben, kam für mich gar nicht in Frage. Und ja, dieses Foto hat mir einfach geholfen, Abstriche zu machen. Meine Klamotten habe ich sehr reduziert, die hier im Wohnzimmer verteilt. Das sieht super schön aus und fühle mich hier einfach richtig, richtig wohl. Und ich brauche auch keinen begegnetbaren Kleiderschrank mehr. Und ich lade hier auch nur meine Familie und meine engsten Freunde ein. Deswegen muss mir das auch nicht irgendwie peinlich sein, dass sie jetzt hier in meinem Bett steht. Teil das ja auch mit der Öffentlichkeit. Also ich fühle mich hier super wohl und es ist mein Reich und mein Heim. Und ja. Was gefällt dir am Single-Leben besser als am Leben in einer Partnerschaft? Also es ist grundsätzlich erstmal so, dass eine Trennung natürlich nicht so spontan passiert. Und meistens ja auch schon Monate, wenn nicht sogar Jahre in einem so... Also es ist so ein Prozess, der in einem irgendwo so im Hinterkopf die ganze Zeit ist. Und mich hat das sehr belastet. Vor allen Dingen so kurz, bevor dieser Entschluss wirklich gefasst wurde, dass wir uns trennen, hat mich schon sehr belastet. Ich glaube, viele haben das auch so in meinem Content gemerkt oder auch, wie ich mich so gegeben habe. Das habe ich auf jeden Fall so die Resonanz bekommen nachher. Und mittlerweile, also dass diese Blockade, einfach diese Entscheidung auch dann getroffen wurde, ist wie eine richtige Last von den Schultern. Das ist natürlich trotzdem nicht leicht, aber trotzdem dieser Entschluss dann mal gefasst zu haben und zu sagen, ja, wir sind gerade nicht glücklich und das passt im Moment einfach nicht mehr. Dass wir diesen Entschluss getroffen haben, das tat einfach gut. Und aktuell geht es mir sehr gut und ich fühle mich einfach frei und das ist aber auch ein Prozess. Also es gibt Tage, da bin ich auch super traurig und auch mit den Kindern alleine zu sein. Das Ganze war natürlich nicht jetzt so von heute auf morgen für mich neu, weil Alex ja auch schon vorher diesen Wechsel hatte zur Bundeswehr und dann auch noch anders stationiert wurde und nur noch am Wochenende da war. Das heißt, ich war ja schon mit den Kindern irgendwo die ganze Zeit alleine, was übrigens kein Trennungsgrund war. Die Frage wurde auch ganz oft gestellt, aber dazu sage ich gleich was. Trotzdem dann so komplett antwortlich für die Kinder alleine zu sein, das heißt auch Miete zu bezahlen, Strom zu bezahlen, egal welche Rechnungen, allein den Briefkasten zu öffnen. Und sich um so viele Dinge dann auch alleine zu kümmern war schon oder ist immer noch eine Herausforderung. Aber ich bin so viel stärker geworden und ich habe so viel dazugelernt und ich habe, wie gesagt, es ist ein Prozess, aber aktuell fühle ich mich sehr gut damit. Und man merkt auch von Tag zu Tag, wie man immer besser damit zurechtkommt und Alex versucht mir ja auch zu helfen, wo er kann. Also wenn er da ist, dann nimmt er die Kinder auch und was ja auch gut ist, weil die Kinder brauchen ja auch ihren Papa. Also ich finde, man darf das auch nicht so verdrehen, dass man sagt, oh wow, der Mann kümmert sich oder der Papa kümmert sich. Das ist toll und wahnsinnig toll, mega und dass man das so hoch anrechnet. Ich finde, das ist selbstverständlich, dass der Vater sich um die Kinder kümmert. Und wenn er es nicht tut, ist es wirklich sehr traurig und er tut es aber. Deswegen bin ich da auch dankbar auf einer Seite, aber auf der anderen Seite ist es halt auch selbstverständlich, finde ich. War im Nachhinein betrachtet Alex Dienst mit ein Grund für die Trennung? Das war eher nicht. Das war eher so, dass es uns ja quasi nochmal so ein bisschen auseinandergebracht hat. Das war wie so eine Prüfung. Vermisst man sich jetzt oder wie geht man mit der Sache um, wenn man sich plötzlich nicht mehr jeden Tag sieht? Und es war eigentlich wie so eine, ich will nicht sagen Erkenntnis, aber es hat uns nicht wirklich geholfen, sag ich jetzt mal, diesen Abstand zu haben. Nee, also es war auf gar keinen Fall ein Grund. Die Frage wird auch wirklich, das ist die Frage, die wirklich sehr oft gestellt wird. Wärst du bereit oder interessiert schon an einer neuen Partnerschaft? Nein, ich bin so glücklich gerade auch mal alleine zu sein und einfach auch diese Freiheit im Kopf zu haben, einfach mal so sein Ding durchzuziehen oder sein eigenes Ding durchzuziehen, ohne dass man irgendwie Rücksicht nehmen muss. Weil ich bin schon jemand, der immer sehr darauf geachtet hat, wie geht es den anderen? Und das war auch so ein Prozess, den ich gelernt habe, mich mal so ein bisschen mehr auch in den Vordergrund zu stellen und nicht immer so ganz zum Schluss. Und ja, aktuell sind natürlich nur die Kinder und dann komme direkt ich, Holly natürlich auch, aber nee, eine Partnerschaft auf, also im Moment auf gar keinen Fall. Ich will es gar nicht so komplett verneinen, weil es kommt ja auch immer darauf an, wen trifft man so und manchmal schlägt es einen mit dem Blitz. Und dann würde ich auch niemals sagen, wenn ich jetzt jemanden treffe, der mich irgendwo interessiert, dass ich da sage jetzt so, nee, also jetzt gerade möchte ich keine Beziehung. Also deswegen will ich das nicht komplett verneinen, aber ich bin halt auf gar keinen Fall auf der Suche. Genau, das ist das richtige Wort. Fühlst du dich weniger fremdgesteuert, seitdem du Single bist? Genau, das ist das richtige Wort. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Wie schaffst du es, Job, Haushalt, Zeit für dich und Kinder unter einen Hut zu bringen? Wie gesagt, das ist eine Herausforderung, aber die hatte ich ja vorher auch schon. Das heißt, ich war ja auch schon alleine mit den Kindern vorher. Sport ist für mich schon mal sowas wie Me-Time. Das mache ich morgens direkt oder ich meditiere, bevor ich ins Bett gehe oder ich stehe immer noch früh auf und meditiere dann und schreibe dann auch in mein Tagebuch oder lese. Also ich versuche mir meistens morgens früh oder halt spät abends, wenn die Kinder im Bett sind, mir meine Zeit zu nehmen. Und vormittags bis nachmittags arbeite ich für Social Media, also für Instagram und auch hier diese Videos zu drehen. Das ist ja Hobby und Arbeit miteinander vermixt. Das brauche ich ja nicht erklären. Das wissen ja alle mittlerweile. Als ich angefangen habe, da war das doch lange nicht so. Da habe ich da auch niemals daran gedacht, dass ich irgendwann mal mit YouTube oder Instagram Geld verdienen werde. Ja, der Druck ist auf jeden Fall größer, wenn man alleine ist. Schon. Aber ja, wie ich auch gerade zu Anfang sagte, ich muss mir mehr Struktur in den Alltag bringen, sodass man wirklich... Ja, ich bin halt sehr unstrukturiert eigentlich, sehr spontan und das sind meistens ja auch kreative Menschen und da muss ich versuchen, mehr so Struktur reinzukriegen. Ja, so. Was auch zum Beispiel extrem hilft, ist, wenn man die Essenssachen schon mal nach Hause geliefert bekommt. So, das ist auch schon mal eine große Entlastung. Zudem ist Luis ja jetzt auch elf und er hilft mir auch. Und die Kinder haben halt auch mehr Aufgaben so im Haushalt bekommen, sodass sie mehr tun müssen als vorher. Weil vorher habe ich wirklich sehr, sehr viel übernommen. Und jetzt müssen die Mama halt einfach helfen im Alltag. Gibt es für dich und Alex eine zweite Chance? Also, aktuell nein. Wir sind ja auch gerade erst getrennt. Ich will das auch nicht komplett verneinen. Es ist generell bei mir bei allem so, dass ich das niemals komplett ausschließen möchte. Aber aktuell nicht. Hast du Reiseziele für dieses Jahr, ob alleine oder mit den Kids? Also, das ist total verrückt, Leute. Also, erstmal fahre ich auch mit den Kids eine Woche weg. Und ich glaube, Alex wollte mit den Kids auch nochmal wegfahren. Und die, also mit Oma und Opa fahre ich dann auch nochmal weg. Und die Kinder auch nochmal mit Oma und Opa. Also, die sind richtig gut beschäftigt, die ganzen Ferien, was ich ja auch richtig schön finde. Ich werde dieses Jahr nach Bali reisen. Und Leute, das ist so verrückt. Ich habe Anfang oder letztes Jahr, Ende letzten Jahres, habe ich mir auf meine To-Do-Liste oder auf mein Vision Board gesetzt. Ich will nach Bali reisen. Und für mich war überhaupt nicht klar, wie soll das überhaupt funktionieren. Weil Alex ja auch den Dienst hat und die Kinder ja da sind. Und für mich war einfach nur klar, ich möchte dieses Jahr, egal wie, einfach mal nach Bali. Und ich fliege einfach nach Bali dieses Jahr. Und ich freue mich so sehr darauf. Ich habe schon so viel gehört und wollte mir einfach mal eine eigene Meinung bilden über Bali. Weil entweder man hasst es oder man liebt es. Ich höre immer nur entweder extrem gute Sachen oder extrem schlechte Sachen. Und ja, ich fliege dieses Jahr nach Bali und freue mich ultra krass drauf. Ultra krass. Ja, ihr Lieben, das war auch schon mein kleines Live-Update. Als nächstes folgt ein Fashion-Haul. Ich bin schon fleißig am Shoppen. So langsam wird der Kopf wieder frei, auch für solche Dinge. Und ja, ich freue mich, euch wieder mehr Content auch zu zeigen. Weil ich mich halt einfach auch... Also ich mache es nach Gefühl. Immer so, wie ich mich gerade fühle. Und ja, genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dann, lasst es euch gut gehen. Tschaui! Tschaui! Tschaui!